Hey YouTube, willkommen bei CERWAT und zur Review der TAUTRONX Bluetooth Speaker TTSK02. Neben den Lautsprechern, die wir hier haben, und ich stelle sie mal einfach hier ab, sind noch zwei Kabel in der Box, diese beiden hier. Wir haben hier einmal USB zu Micro-USB, das ist natürlich zum Aufladen gedacht, und wir haben hier 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke. Wenn man mal keine Bluetooth-Geräte zur Verfügung hat, kann man dann hier über den Kopfhöreranschluss das Ganze auch betreiben. So, das ist also alles mit dabei und dann gucken wir uns die Lautsprecher selbst mal an. Also, von vorne relativ simples Design, schön eckig, ein Lautsprecher 3 Watt, zweiter Lautsprecher auch 3 Watt und hier oben drauf ein kleines N für NFC, lauter, leiser und ein Play-Button bzw. Pause-Button. Plus, wenn man angerufen wird, kann man hier auch Telefongespräche entgegennehmen und wenn man den Plus-Button länger drückt, dann kann man auch zum nächsten Song gehen. Bei Minus natürlich umgekehrt kann man dann einen Song zurückgehen. Auf der Unterseite haben wir hier zwei Standfüße, die einem auch wirklich guten Halt geben, funktioniert super und auf der Rückseite haben wir hier einmal Off-On, was ich hervorragend finde, wenn das so ein kleiner Schalter ist. Man sieht, es leuchtet hier die Lampe auf und wir hören den Ton und wenn wir es ausmachen, ist es aus. Hier, das finde ich immer ganz gut, dann kann das einem eigentlich nicht passieren in der Tasche, dass man aus Versehen das irgendwie anmacht oder so. Ihr kennt die Problematiken mit diesen Knopfdingern, man weiß nicht, ist es jetzt an, ist es nicht an, hat das reagiert. Hier mit so einem Schalter ist das immer ganz eindeutig. Dann haben wir hier den AUX Inneneingang, da kann man die 3,5 mm Klenkenkabel reinpacken, um dann das über das Kabel zu betreiben und nicht über Bluetooth und hier haben wir noch den Micro-USB-Anschluss, um das Ganze aufzuladen oder auch wenn ihr an einen neuen Laptop das anschließt, könnt ihr auch darüber den Ton ausgeben. So, eine kleine Besonderheit befindet sich hier hinter, denn wir haben hier einen Akku drin, den man rausnehmen kann. Das ist sehr ungewöhnlich bei diesen Boxen, begrüße ich aber, denn sollte dieses Ding mal kaputt gehen, bin ich mir sicher, kann man einen Ersatzakku bei Tarotronics irgendwie anfordern und dann hat man hier die Möglichkeit, dann das Gerät zu behalten. Es muss nicht gleich auf den Müll geschmissen werden, nur weil der Akku kaputt ist und das ist ja eigentlich im Sinne der Umwelt ganz ordentlich. 1500 mAh, 3,7 Volt Lithium-Ionen-Batterie, reicht für ungefähr 8 Stunden. Angegeben ist es mit 10 Stunden, ich habe es jetzt bei mittlerer Lautstärke, wie man das eigentlich auch hören sollte, hier bei 8 Stunden hat er dann aufgegeben. Dauert so ungefähr 2-3 Stunden, um das wieder aufzuladen, irgendwo so in der Kante war es. Ich habe es ja nicht genau gesehen, aber nach 3 Stunden war es auf jeden Fall aufgeladen und nach 2 Stunden war es noch nicht ganz fertig. So, Akku wieder reinlegen, Klappe drauf und wir machen das mal an. So, und da hören wir schon den Ton. Der Ton, der geht ja noch, verbunden ist es auch schon, hervorragend. Das heißt, ich kann hier gleich mal ein bisschen Musik abspielen. Wenn ich das mache, dann werde ich jetzt gleich mal als erstes das Ding ganz laut machen. Das heißt aber nicht, dass ich es ganz laut habe, sondern nur die Boxe mache ich ganz laut. Das Handy habe ich ein bisschen leiser, damit das nicht so dröhnt. Aber dann hört ihr mal diesen Ton, den das ausgibt, wenn man an seine Lautstärkengrenzen kommt. Egal ob oben oder unten, das ist der gleiche Ton. Hört mal hin. So. So, das ist jetzt die Musik, die da ausgibt. Und jetzt manchmal laut. Hört ihr das? Schrecklich, oder? Das ist der Ton, den sie sich überlegt haben. Den sollte man reinmachen, wenn man an die Lautstärkengrenze ist. Und gerade wenn man das richtig laut hat oder dicht dran ist, dann ist das unglaublich schmerzhaft im Ohr. Also ein richtig, richtig unangenehmer Ton. Und ja, was sie sich dabei gedacht haben, ist mir ein Rätsel. Ansonsten geht es natürlich immer bei diesen Dingern auch hauptsächlich ums Klangbild. Und da muss ich sagen, besser als ich erwartet hätte. Aber es kann trotzdem nicht mit den Großen mithalten. Man darf jetzt nicht vergessen, dieses Ding kostet... Ich mache es mal wieder... Oder ich lasse es euch noch mal ein bisschen hören, auch wenn... Ihr kennt ja die Problematik daran, Wenn man das jetzt hier aufnimmt, dann hat das natürlich... Mit welchem Mikrofon nehme ich das aus? Das verändert natürlich alles das, wie ihr es hört. Mit welchem Gerät hört ihr euch das an? Hat ihr das auf dem Tablet, auf dem Handy? Dann habt ihr natürlich nicht den tollen Output. Von da aus ist das immer ein bisschen schwer zu sagen. Ihr müsstet es selber ausprobieren. Denn für 25 Euro, das ist, was dieses Gerät kostet, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden damit. Also für 25 Euro darf man, glaube ich, auch nicht mehr erwarten. Und die hören sich auf jeden Fall wirklich gut an, in diesem Preissegment, würde ich sagen. Wenn man es lauter macht, dann wird es natürlich ein bisschen blechern, ein bisschen knazig. Wenn man jetzt irgendwie einen tiefen Bass erwartet, den kriegt man da auch nicht raus. Also das muss man ganz klar sagen, dafür reichen die hier nicht aus. Aber für so eine leichte Musik nebenbei, nicht allzu laut, kann man die Dinger wirklich gut benutzen. Da hört sich das alles schon sehr ordentlich an. Und das bei 25 Euro. Also ich habe da schon ein paar ausprobiert, die dann sich deutlich schlechter angehört haben. Jetzt hatte ich vor kurzem erst die JBL Flip 3 hier. Und da muss ich sagen, die hörten sich dann doch nochmal deutlich besser an. Der Bass war deutlich satter und auch war das viel klarer in den Tönen. Aber die kosten natürlich auch mal eben 100 Euro mehr. Das darf man dann auch nicht vergessen. Und selbst wenn man jetzt die Bose Mini da, die Soundlink Mini 2, für 200 Euro ungefähr daneben packt, dann denkt man, oh Gott, was ist denn hier los? Aber, wie gesagt, 25 Euro, das darf man nicht vergessen. Und dafür sind die wirklich ordentlich. Ich habe die neulich sogar in einem Seminarbar benutzt, als Lautsprecher, um einen Song vorzulaufen. Also die konnten sogar so einen kleinen, normalen Klassenraumgröße, konnten die gut beschallen. Klang jetzt nicht, wer weiß wie toll, super. Aber war auf jeden Fall okay und ordentlich. Und von da aus, ja, bin ich voll zufrieden mit den Dingern. Habe wirklich nichts daran auszusetzen. Gar nichts. Mache einen ordentlichen Eindruck von der Verarbeitung. Das alles ist so ein bisschen gummiert hier. Ihr seht hier vielleicht so leichte Flecken, also so ein bisschen anfällig für Flecken ist es hier um das Mikrofon rum. Habe ich das schon erwähnt, dass man hiermit auch Anrufe entgegennehmen kann. Kann man auf jeden Fall, wenn man angerufen wird, auch eine Freisprecheranrichtung ist drin, wenn man das mit dem Telefon verbunden hat. Und ja, Design ist natürlich immer Geschmackssache. Mir gefällt es gut. Quadratisch, praktisch gut. Und auch so fühlt sich das gut, wertig, toll an. Ich habe wirklich nichts daran auszusetzen. Absolute Empfehlung für 25 Euro. Wer sowas braucht und Interesse daran hat. Und nicht, wer weiß wie viel Geld ausgeben möchte, der ist mit diesen Dingern wirklich gut bedient. So, ich hoffe das Video hat euch gut gefallen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss.